leute we made it we made it unfassbar dass ja diese ganze zeit hier schon wieder rum ist crazy 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 ich wollte auf jeden fall einfach nur vorneweg schon mal ein riesen riesen dankeschön an euch alle sagen einfach die letzten zwei monate waren einfach nur heftig wir haben gemeinsam die abiturphase unfassbar krass gerockt und ich habe ich kriege immer noch täglich täglich nachrichten auf instagram teilweise seitenlang die verschiedensten sachen ja wir haben ich will es auch hier keine zeugnisse in die kamera halten und so weiter deswegen bleibt alles anonym aber nur so ein paar beispiel zu nennen wir haben wir manche die haben also ich bekommen vier mal 15 punkte in den abitur prüfungen vier mal 15 punkte und einmal 13 ich meine wie crazy ist das bitte wir haben leute die einfach noch ihre letzte nachprüfung hatten und sich eigentlich safe waren dass sie dass sie es nicht packen werden und dann sich doch mal ein video von mir angeschaut haben oder irgendwie per dm mir geschrieben haben ich habe ein paar video nachrichten an die geschickt dies dann doch geschafft haben jetzt mega happy sind wir haben leute die an von 2,3 ihren schnitt durch die abiturphase noch mal auf 1,7 runtergezogen also wirklich die komplette bandbreite und es ist für mich einfach so 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 schön das ganze ja zu sehen und es freut mich so auch ich meine wir haben wir haben jemand wurde auf was was cambridge cambridge für physik zugelassen wir haben leute die wir haben reihenweise 1 0 leute wir haben so viele 1 abitur will ich gar nicht sprechen mega auch manche mega viele die haben einfach was weiß ich 2,9 und freuen sich mega darüber und es ist einfach so schön dass jeder aus diesem Ateam von 2018 2018 2018 2018 einfach jeder seinen eigenen weg gegangen hat ich irgendwo jedem in seinem konkreten fall sehr gut helfen konnte und wir gemeinsam einfach ja lauter erfolg stories kreiert und mit erfolg meine ich nicht zwangsläufig immer die 1 0 sondern jeder einfach an seinem eigenen maßstab ist einfach so schön und ist egal wie viele nachrichten bekommen es wird für mich einfach nicht selbstverständlich dass ich auch nur eine steht ja wenn ich auch in dieses kamera sprechen da hätte nur eine person zuschauen und die hätte ein punkt in irgendeiner in irgendeiner prüfung mehr wegen mir ist einfach unfassbar und deswegen vielen dank an euch war richtig richtig geil ich will doch noch ein paar namen nennen auf jeden fall um ein paar nah am licht zu nennen das sind jetzt alles 1,0 abiturienten mit denen ich auch telefonieren durfte um mir eben für alle an euch die es noch kein abi hatten und vielleicht 10.11 sind mir deren tipps noch geben haben lassen und wirklich auch im nächsten jahr noch noch krassere tipps noch mehr rauszuholen noch mehr die community themen auch einzubinden deswegen kurz hier sechs namen die ich mir aufgeschrieben habe auf jeden fall alexandra julia hannah matthias eric und andreas euch auf jeden fall mal glückwunsch für das 1 0 abitur auch vielen dank dafür dass ich mit euch telefonieren durfte ja es ist einfach unfassbar ich habe auch viele nachrichten bekommen die gemeint haben hey dass man nicht nur in der schule sondern mich auch persönlich extrem weitergebracht was mich so krass ehrt weil ich ganz genau weiß wie unfassbar wie unfassbar wichtig jetzt diese zeit nach dem habe ist und wie viele möglichkeiten man hat deswegen nutzt er wirklich jede gelegenheit lebt euer volles potenzial aus macht fehler die draußen die welt du 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 ja es ist einfach komplett krass auch der fakt dass wir jetzt mit zehn wobei wir haben wieder aufgeschaut ein pass gibt es übrigens noch für kroatien deswegen da dass wir da jetzt in urlaub fahren gemeinsam ist nach zwei monaten wo ich quasi mit den ganzen wie das angefangen habe es ist einfach komplett verrückt und ich wollte ich da einfach noch mal ein video dazu widmen weil es mir einfach unfassbar viel bedeutet die zukunft wird noch verrückter schätze ich deswegen danke 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 ich freue mich auf alles was noch kommt und auch an jeden einzelnen von euch habe es vielen schon am telefon gesagt habe es vielen in den dms auf instagram schon gesagt aber jetzt auch noch mal an jeden einzelner draußen auch wenn es abitur rum ist wenn ich irgendwas für euch noch mal tun kann schreibt mir auf instagram ich bin immer für euch da und immer happy to help ja und in dem sinne ich glaube wir waren euch wie bei sehen uns nächsten video